Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Potterfacts. Ja, Zuverlässigkeit. Das ist so eine Sache. So richtig funktionieren tut das mit meinen Uploadplanen noch nicht, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Heute geht es um Elvis Dumbledore und ich würde sagen, ich labere jetzt nicht lange rum, sondern fange gleich an. Fakt Nummer 1 Dumbledore hat zwei Geschwister, Everford und Ariana. Fakt Nummer 2 Elvis ist schwul und hatte in seiner Jugend eine Beziehung mit Grindelwald. In dieser Zeit hat er sich auch mit den dunklen Künsten beschäftigt. Hm, an dieser Stelle stellte ich mal die Frage, wenn ich mich mal mit den dunklen Künsten beschäftigen würde, wie wäre das denn? Abadacadabra. Nein, das wäre ja nicht meins, denn ich maude nicht gerne dieser Dreck, der da immer rumliegt. Nein, 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 das wäre echt nicht meins. Ja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir machen jetzt mit Fakt Nummer 3 weiter. Zu Dumbledores größten Entdeckungen zählten die zwölf Anwendungen für Drachenblut. Außerdem hat er zusammen mit den Alchemisten Nicolas Flamel den Stein der Weisen hergestellt. Fakt Nummer 4 Er liest Moggelzeitungen. Verdammt. Der Typ ist einer der größten Magier und liest Moggelzeitungen. Fakt Nummer 5 Eine sehr starke Beziehung hat Dumbledore zu seinem Phönix Fawkes. Dieser ist übrigens sein Patronus und Namensgeber des Ordens des Phönix. Fakt Nummer 6 Dumbledore besaß alle drei Heiligtümer des Todes. Fakt Nummer 7 Dumbledore gehörte als Schüler den Haus Gryffindor an. Ja Leute, das war 7 Fakten 12. Bis dann mit euch. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich doch. Bis dahin bin ich dann mal raus. Bis zum nächsten Mal.